Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Mittelerde, Schatten des Krieges. Und das coole ist, wir haben uns ja beim letzten Mal ausgelockt in dieser Naturgeschichte, sage ich mal, wo wir zu knabbern hatten. Das coole ist, wir sind jetzt mitten hier bei dem einen Punkt wieder rausgekommen. Den letzten Punkt für den Schnellreise, würde ich mal so behaupten, können wir gleich mal machen. Äh, wenn wir gerade hier sind, machen wir das doch gleich mal. Und werden erstmal diesen Punkt jetzt hier reinigen. So, wieder ein Auge weniger für den dunklen Herrscher Sauron. So, was haben wir denn da? Aha, ist irgendwo was? Einmal. Da hinten ist irgendwo was? Na? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Ein Artefakt. Es gibt ja noch so viel zu tun, ganz ehrlich. Hier hat man in Akt 2 und es gibt ja insgesamt vier Akte. Also, das wird schon uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Okay. Also, diese Isildien-Dinger, die lohnen sich eigentlich, wenn man die sammelt. Beim letzten Mal, wo wir die Sache in der Startstadt da gemacht haben, ich weiß gar nicht jetzt, wie es gerade heißt. Was ist denn jetzt hier? Hallo. Zeig mir das doch mal. Erinnerung Kankers. Da hatten wir ja eigentlich eine coole Sache rausbekommen. Und, na. Drei von vier. Na, wo ist es denn? Das letzte kommt. Genau. Sehr gut. Wenn wir gerade hier bei sind, werden wir folgendes tun. Als allererstes mal das Monument zerstören. Dann holen wir das Isildien, was wir hier haben. Und dann werden wir den Außenposten hier mal wegmachen. Schaden tut es nicht. Guck mal, wie voll die Karte ist. Und das ist nur ein kleiner Teil von dem, was wir hier eigentlich machen müssen. Also, boah. Holla, die Waldweh. Gut. Kümmern wir uns jetzt erstmal um diesen... Sieht ja auch so geil aus, ne? Wenn man hier oben so steht. Jetzt müssen wir mal versuchen, hier mal ein Foto zu machen. Das sieht nämlich extremst cool aus. Jetzt muss ich mal gucken, wie man das Foto dann macht. Kamera frei bewegen. Podest. Äh, UI. Ich wusste jetzt nicht, wie man die Foto... Was mache ich denn da? Wie schieße ich denn das Foto jetzt? Wie war denn das? Verdammte Axt, ey. Weil es sieht gerade echt mega cool aus. Ähm... Logo, Karns, Charakter, Kamera. Nein. Wartet mal kurz. Sorry, dass das gerade sein muss. Und wie schieße ich jetzt das Foto? Wie schieße ich jetzt das Foto? Sieht nämlich extremst cool aus. Ach, das gibt es doch eigentlich nicht. Tiefenschärfe, Optik an, Filter, Stilisieren, Vignette, Textur, Rahmen, Logo. Ja, wir wollen ja ihn mit ein, mit dem Bild haben, ne? Ah, sieht schon cool aus, ganz ehrlich. Gitternetz. Äh, 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 so wild darum zu kümmern. Gucken, dass wir hier... Eigentlich wollte ich mir die Info noch nebenbei holen, aber es hat leider nicht geklappt. Okay, die Karagos könnten wir natürlich befreien. Aber ich wollte eigentlich nur das Monoment hier kaputt machen. Halt. So. Sammeln wir mal. Da hinten ist irgendwo... ...wollen wir uns mal die Info? Genau, widersetze dich uns nicht. Wollen wir den schon aufdecken? Nein. Ähm, warte mal. Der hat den... Der ist in unserer Gewalt. Der hat gar nichts mehr. Das war, glaube ich, der Verräter. Äh, gucken wir mal den hier. Knarsch. Bestienfutter? Furcht vor Festnageln und er leidet Schaden durch Fernkampfangriffe. Okay, gut zu wissen. Hier. Ist da wirklich einer der... Ah, verdammt, jetzt hat der wirklich Alarm geholt. Oh, Ratte. Dafür gibt's was mit der groben Kenne. Na gut, dann killen wir halt ein bisschen mit hier. Ach, da kommt ja die wilde Horde. Machen wir's mal so. Also jetzt haben wir noch alles gut im Griff hier. Ja. Machen wir mal ein bisschen auf wild. Ah, sehr gut. Wir haben ja diese Fähigkeit gekauft. Dass er automatisch alles einsammelt. Dann brauche ich das nicht mehr machen. Das ist... Sehr gut. So, jetzt gehen wir mal hoch hier und... ...einledigen mal da oben die Leute. Komm. Kämpfe für mich. Sollst du für mich kämpfen, habe ich gesagt. Sag mal. Glaube ich, Spinne. Elegant, elegant. So, was wollen wir eigentlich machen? Verdammt. Wer schießt denn da auf mich? Glaube ich, Spinne. So, der ist erledigt. Ähm, was wollten wir eigentlich machen jetzt? Fragezeichen. Genau, das Isildin holen, ne? Und dann den Außenposten. So zumindest der Plan. Okay, holen wir erstmal das Isildin. Das ist da hinten. Von da komme ich gerade. Witzigerweise. So, das muss da hinten sein. Nehmen wir ein bisschen Gas geben. Na komm. Ups. Turning like fire. Hedgehardt. So, wir müssen wirklich mal ein bisschen Action machen. Dann machen wir mal die Paragos frei. Eigentlich. Ah, komm. Was willst du denn hier eigentlich von mir hier die ganze Zeit gesocks wie hier? Was soll denn das hier? Hörp. Immer noch so viele hier. So. Okay. Hier muss das Isildin sein. Sehr gut. Und. Potrim. Potrim. Zwei von sechs. Na. Und jetzt kriegst du nochmal richtig ein. Zack. Geile Fähigkeit. Gefällt mir richtig gut. So. Das Isildin haben wir auch. Kümmern wir uns jetzt mal um den Außenposten. Locker den Kommandanten des Außenpostens hervor, indem du seine Jäger tötest. Na gut. Dann machen wir das nochmal. Je eher, desto besser. Dann haben wir es hinter uns. Dann haben wir den Außenposten hier weg. Und es gibt weniger Stress. Okay. 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 Schade. Und jetzt endet die Jagd. Okay. Töte die Jäger von Krimp. Endwort. Na, so mal. Okay. Metzeln wir uns ein bisschen durch hier. Tog. Guck mal, da hat er mit der Keule rumgeschwungen. Warte, mach mal. Zack, zack. Jetzt wird es aber hier ein bisschen heftig. Ich hätte jetzt gerne mal irgendwie eine Art Explosion oder sowas. Okay. Boah. Krimp, ein Wort. Dunkelstamm-Morchler. Okay. Unerheblich. Okay. Erstmal müssen wir uns mal mit den ganzen Krimpeln hier mit Kleinvieh noch auseinandersetzen. Meine Fresse. Guten Tag. Guten Tag. Okay. Er brennt ein bisschen. Schade. Ich habe keine Kopftreffertötungen. Einen. Ei, 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 ei. Jetzt hätte ich gerne mal was. Wo ist er? Wo ist er? Ja, drüben. Gehen wir erstmal hoch hier. Gehen wir erstmal ganz kurz außer Sichtweite. Damit, wenn wir uns mal... Jetzt haben wir den Drachen befreit. Ach je, das wollte ich jetzt eigentlich so auch nicht. Da vorne ist jemand. Äh, da wollte ich noch nicht hin. Geht mir die Power. Okay. Okay, den haben wir. Zusatzziel. Okay, wir haben auch nur noch zwei Pfeile. Guten Tag. Okay, dann komm. Gib mal her. Das läuft ja wie am Schnürchen gerade. Ähm. Erstmal Rückzug. Sehr geil. Das läuft wie gerade wie richtig am Schnürchen, ey. Also es gibt Tage, da läuft es richtig bombmäßig. Und dann gibt es... Wieder Situationen, wo es nicht so gut läuft. Okay. Erstmal weg hier. Und dann gibt es noch ein bisschen Action hier. Ich wollte nämlich eigentlich noch hier ein bisschen was holen. Info. Jetzt geht hinter mir her. Eigentlich. Wache. Ich will von dir nichts. Also lass es. beeindruckende Beute. Nicht für Labe. So, tut mir leid. Ähm, wir müssen mal zusehen, dass wir hier gerade wegkommen. Ich sehe gerade, da ist eine Erinnerung an Kankras. Vielleicht kriegen wir die näher. Hier drinne. Nehmen wir doch gleich mit. Meine scheint ja um die Ecke zu liegen. Gucken wir uns das Ganze doch mal an. Das war einfach. Okay, krass. Nach Morgoth kam Sauron und nach Sauron wird Frieden herrschen. Äh, äh. Na gut. So, den Außenposten haben wir. Was haben wir da? Ein verlorenes Artefakt. Dann könnten wir natürlich da weiterziehen. Ähm, 0 von 11. Da haben wir noch gar nichts gesammelt. Hier würde es wohl... Story-technisch weitergehen. Aber hier auch. Ähm, hier hinten ist noch was. Könnten wir natürlich noch was machen. Und wenn wir die hier alle ein bisschen schwächen, ähm... Ja, dann machen wir jetzt... Warte mal, wir sind ja jetzt hier. Könnten natürlich da hingehen. Gucken, wie wir da hinkommen. Hier irgendwo rauskommen. Nee, nicht verkehrt. Oh, diesmal nicht. So, wir wollen da hin. Gehen wir mal Gas. Sehr gut. Nee, wir reiten dann hier vorbei. So, Marsch, Marsch. Wir geben jetzt mal ein bisschen Gas. Was ja auch so... An sich ganz gut funktioniert. Komm, ich will... So, das Artefakt haben wir auch. Oh. Minas Etils Bücherregale sind nicht vergleichbar mit den großen Bibliotheken von Minas Tirith, aber dennoch sind sie die größte Wissenssammlung weit und breit. Als Mädchen faszinierte mich die hier vereinte Weisheit von Geschichten über Gedichte bis hin zu Kochbüchern aus vergangenen Tagen. Dieses hier, Geschichten aus dem fernsten Umbar, war eines meiner Lieblingsbücher. Erzählungen von verwegenen Piraten aus alten Zeiten. Echte Cousaren sind sicher weniger edelmütig, als die Geschichten sie darstellen, aber sicher weniger grausam als Orks. Sieht toll aus. Toll gemacht, muss man sagen. Als ich Waldläufer wurde, dachte ich, ich würde die ganze Welt sehen. Es ist doch überall das Gleiche. Die ehrgeizigen Kämpfen gegen die Trägen. Okay. Wir sind jetzt hier. Da wäre was. Nochmal ein Außenposten. Allerdings haben wir hier auch noch... Was? Ausrüstung? 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 Okay. Ähm... Stufe 18? Äh... Verpass einen vergifteten Feind einen Kopftreffer. Okay. Ansonsten haben wir nix. In Ordnung. Okay. Wir haben hier einen unbekannten Hauptmann. Plus hier jede Menge Gedöns und dort auch. Das heißt, wir nehmen uns erstmal dieses Gebiet jetzt vor. Dann nehmen wir uns dieses Gebiet vor und dann kämpfen wir uns hier durch. Straight. Eigentlich wollte ich ja nicht so viel Nebenkram machen, aber... Ganz ehrlich, es macht einfach zu viel Bocken momentan. Das ist der Hammer. So. Mal gucken, wo der Typ hier ist. Da ist er. So. Dann gucken wir mal. Hallöchen. So. Es tut mir leid. Du musst leider sterben. Hat noch keiner Alarm geschlagen. Das ist gut. Ah. Jetzt ruft ein Drachen herbei. Das ist mir aber... Okay. Dann machen wir es mal. Holen wir uns den Drachen. So. Grüß Gott. Hier sind wir. Na klar. Haben wir. Hier war das. Und nochmal. Komm, weil es so schön ist. Das ist richtig eine geile Fähigkeit. Wenn es natürlich halt klappt. Kommt zu mir. Ich bin dein Diener. Danke. Und ruckzuck. Schickst mich weg, was? Sehr geil. Aber was haben wir denn hier? Hier ist auch irgendwas. Ach, doch. Okay, Kumpel. Kein Problem. Okay. Kein Problem. Okay, dann los. Nur nicht. Sorry, Kumpel. Aber durch diese Fähigkeit klappt das sehr hervorragend. Du hast gerade ein Urteil gefällt. Willkommen in mein Armee. Mein Leben für dich, heller Herrscher. Oh, es ist so genial. So. Den nächsten in unserer Armee. Blöder Drache. Geht's mal auf den Puffer. Aber das da unten holen wir uns noch. Das läuft gerade richtig gut, muss ich ehrlich sagen. So, was haben wir denn noch? Hier hinten noch jede Menge Gedöns. Das arbeiten wir jetzt noch weg. Und dann holen wir uns hier den Außenposten. Obwohl, wir könnten es eigentlich jetzt gleich machen. So, das ist da. Dann gehen wir mal Gas. So. Locke den Kommandanten des Außenposten hervor, indem du seine Wilden tötest. Alles klar. Ich werde dir zeigen, was das Wort Wild bedeutet. Ja. Auf jeden Fall. So. Töte zehn Wilde. Luft-Fernkampftötung. Okay. Okay. Ah, es war verkehrt. Wir müssen aus der Luft angreifen. In Ordnung. Ja, komm. Das heißt, wir müssen mit dieser Adler-Funktion oder was das ist springen. Schleich beherrschen. Das heißt, wir müssen die schleichen. Wir müssen die nicht nicht wir müssen schleichen. Ah. Oh. 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 Die Schlacht um Mordor beginnt.